Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo, ich bin die Elena. Ich bin zwölf Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich freue mich sehr, bei der Show dabei zu sein. Ich bin noch sehr aufgedreht. Ich bin eigentlich eher schüchtern. Ich übe eigentlich jeden Tag, immer so eine Stunde lang. Ich freue mich sehr auf den Auftritt und ich werde euch meine schnellen Finger zeigen. ARD Text im Auftrag von Funk Ich freue mich sehr, bei der Show dabei zu sein. Ich freue mich sehr, bei der Show dabei zu sein. Ich freue mich sehr, bei der Show dabei zu sein. Waaah Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.